Harni hat den Vlog hochgeladen, wo wir zusammen bei Mami I'm Sorry im Tattoos Studio waren und weil es halt einen Streamer gibt, der halt die Vlogs immer ankündigt, aber nie macht. Ich weiß nicht, wer das ist. Und eine Streamerin, die das halt gut hinbekommt und auch noch vloggt. Schauen wir mal da rein. Guten Morgen. Es ist sechs Uhr morgens. Ich habe bis zwei Uhr morgens gestreamt. Ich bin sehr müde. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin nach Stuttgart, denn dort machen wir jetzt einen Tattoo-Stream. Ich muss kotzen, weil ich so müde bin. Digga, wieso fühle ich mich jeden Tag so einfach? Also das bin halt wirklich auch ich jeden Tag so an der Stelle. Der hat hier auf dieser Couch gepennt. Oh Gott. Sehr gemütlich. Und Aliana, der mich schon den ganzen Morgen anschreit. Let's go. Let's go. Wir nehmen jetzt den Zug. Wir fahren gehen. Wer hat sich ein Ohr abgeschnitten? Sagt Van Gogh. Van Gogh. Weil, das kann man sich nicht merken, mit der Inselzbuche, Van Gogh, Urabgeschnitten. Das reint sich. Stimmt. Stimmt. Van Gogh und Urabgeschnitten. Das reint sich. Ich bin emotional und körperlich ausgebrannt an dieser Scheiße. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns in das Ibis Hotel eingebucht. Ibis! Hier eine kleine Glamorous Tour von diesem geilen Hotelzimmer. Wow, guck mal. Ein begehbarer Kleiderschrank. Das ist nämlich Glamorous. Hier ist das Badezimmer. Wow! Das Licht ist sehr gelb. Es ist einfach gelb da drin. Also ich hatte ein viel krasseres Hotelzimmer, will ich nur mal so sagen. Henkes Besenkammer. Diese Dusche? Also es ist wirklich eine Miatur-Dusche? Ja, wir gehen jetzt zu Mami, I'm sorry. Lass uns tätowieren. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das alles so ein bisschen eine spontane Aktion war und ich die ganzen Designs noch nicht habe. Und wir jetzt gleich... Chad Henkes Besenkammer! Das war er nicht ernst gemeint, Digga! Das war... Ich hab nicht... Ich hab... Ich hatte einen Bettlaken als Bettdecke. Sachen zeichnen? Aber wird schon. Ja, wir gehen jetzt... Also, wir sind gerade aus dem Hotel rausgekommen und wir dachten den ganzen Zeit, Jacke, nicht Jacke? Es ist gefühlt 35 Grad. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Und ich hab richtig Glück gehabt, ich wollte mich ja hier am Abend tätowieren lassen. Ich hab richtig Glück, dass mir jetzt hier im Zug ein Vieh hingestochen hat. Boah, ich hab so... War auch super bei mir tatsächlich. Äh, als ich mir den Handrücken gestochen lassen hab, da hatte Paliko sich noch einen Tag vorher überlegt, dass er mir so ein bisschen meine Hand zerkratzt und wir konnten gewisse Stellen nicht tätowieren. Ich hab mir jungen in der Nase. Ach, Chad, es ist schrecklich. Ich hab Allergie und äh... Wo bist du denn lang? Äh, ich habe kein Internet. Aliana? Mein Gott, meine Stimme ist so nervig. Ich bin sehr gespannt. Wir setzen uns jetzt gleich zusammen und machen die Designs fertig. Ich habe eine Million Screenshots auf meinem Handy von den Dingen, die ich cool finde. 99% davon zum Tattoo von Ariana Grundle. Mal gucken, ob ich danach mit Zopf rausgehe, hier. Hallo, hier? Hallo, hier? Hallo, ich hab ein Zimmer gebucht. Äh, Doppelzimmer auf Anzeichen. Übel schön hier. Okay, wo machen wir jetzt die Besprechung? Äh, hier vorne. Erstmal chill. Nehmen Platz. Lass die Musik gerade noch aus. Das Ganze soll zu dir passen. AJ! Also, normalerweise sitzen wir eigentlich immer hier und brainstormen zusammen. Hey, was hättest du gerne? In welche Richtung soll's gehen? Die Artis haben dann immer schon irgendwas vorbereitet. So eine Verdechnung. Und dann machen wir die letzten Detailanpassungen. Machen Abziehbild. Fragen wir das Abziehbild auf die Haut auf. Und dann guckst du in den Spiegel. Sagst du ja, nein, links, rechts, weiter hoch. Zack. Und dann haben wir tätowiert. Also, wir machen ja, also wir machen heute vor allem dieses Schmetterlingsliste. Da freue ich mich sehr krass drauf. Das wird so ein... Erzähl mir doch mal die Background dazu. Also, hm, ah, ne, ich find's einfach cool. Ich find Schmetterlinge cool. Ich find den Blue Morphold Schmetterling cool. Der kostet bei Animal Crossing 5.000 Sternis. Das ist nice. Wirst du drin? Anni hat sich den Schmetterling tätowiert lassen, bei der 5.000 Sternis kostet bei Animal Crossing. Das ist ein Videospiel, da kann man dieses Schmetterling verkaufen. Das Video ist ein bisschen leise. Nö. Für sehr viel Geld. Nee, und was bei diesem Schmetterling halt sehr cool ist, dass du die männlichen und weiblichen Bestandteile von dem Schmetterling halt übel cool an den Flügeln sehen kannst. Und ich dachte mir, ah, ich steh auf Männer und Frauen, das ist cool. Dieser Schmetterling halt ist einen männlichen, einen weiblichen Flügel. So ein bisschen als Symbolik. Ich find Schmetterlinge cool. Und die Medusa? Die Medusa tatsächlich, ähm, also hätte ich sehr gerne. Mal gucken, ob wir heute noch auf ein Design einigen können, was ich nice finde. Weil ich bin sehr picky, was so Gesichter und so angeht. Aber ich find die Medusa cool. Es gibt ja so ganz viele verschiedene Überlieferungen. Okay, ähm, du bist picky, was Gesichter angeht. Ich mag lieber, wenn's nicht so realistically aussieht. Wenn's vielleicht so ein bisschen schnörkelig, ein bisschen krumm aussieht, ein bisschen wie eine Skizze oder so aussieht. Pass auf, dann würde ich sagen, wir setzen uns die Mikos zusammen und wir checken einfach mal gleich, was passiert. Geil, vielleicht kriegen wir die Pupillen auch hin, dass sie so schlangenmäßig sind. Achso, na, ähm. So mit dem Schlitz in der Mitte. So? Ja, genau. Ich hatte sehr abstrakte, also sehr abstrakte Vorstellungen. Überrascht getroffen. Ah, das freut mich jetzt richtig. Ich war sehr skeptisch, aber ich freu mich jetzt richtig, weil es sieht richtig cool aus. Zwei Stunden später. Wir sind ja jetzt in den letzten Vorbereitungen. Wir wollen mal Designs sehen. Ey, Chat, was würdet ihr mir dafür geben, wenn ich mir eine nackte Anke auf meinen Körper tätowieren lasse? Pass auf, Chat. Nix! Drei, was? Drei, Kevin! Dreimal klatschen! Nichts. Chat, ich mach... What?! 1K? Okay, Mafalda. Pass auf. Weil, wisst ihr, was ich denn sagen kann? Im Nachhinein, wenn ihr mir dann sagt, Junge, warum hast du Anker nackt auf deinem Körper? Dann sage ich, das war ein Missverständnis beim Tätowierer. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte einen nackten, also einen cleanen Anker tätowiert haben. Also so vom Boot, wisst ihr? Diese Ehrenmedusa hat der gute Nico gezeichnet. Die sieht richtig sick aus. Und dann haben wir hier noch drei Artgörder von Diana Fing, einer meiner Lieblingskünstlerinnen. Das kommt noch auf mich drauf. Und noch ein Schmetterling. Ich weiß nicht, wo der ist, aber der kommt auch noch. Das wird das Größte tatsächlich, weil der sehr aufwendig gestochen wird. So realistically, kind of. Crazy. Wieder Tattoo-Stream. Ich hab Bock. Wir machen heute echt... Oh, nee! Viel! Also erst warst du zwei Sachen, und dann sind es eins, zwei... What face? Not bad. Vielleicht... Ja, Tonja hat ja den Rekord hier gesettet. Ich hab's gesehen. Da bleiben wir. Oh, guck mal. Fünf verschenkte Subs. Wir hören alle den Alert-Sound. Es ist so laut. Ich hoffe, niemanden fliegen die Ohren raus. Ja, Ehre. Danke für fünf verschenkte Subs. Wer war das? Streaming. Da seh ich mich auch gleich. Guck mal. Guck mal. Very sweet. Das erste. Wir haben hier Tattoo-Nummer eins, liebe Freunde. So ein Artbit von Liana Fink. Ich mag's ganz gerne, weil's halt so... Ich sag mal so crappy gezeichnet ist, aber ich find's... Ich mag den Stil sehr, sehr, sehr gerne. Wieso gibst du so einem Typen eine Plattform? Was, Buck? Ähm, ist quasi so eine kleine Pflanze, die sich selbst bewässert. Fand ich einfach super sweet. Hab mich sehr krass abgeholt. Wie viele Tats hast du insgesamt? Äh, zwei. Joke. Das war natürlich nur ein... Hab ich nicht gekriegt, oder? Hab ich dich gekriegt? Hab ich dich gerade noch abgekriegt? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn. Ach so! Siebzehn! Das Cock-Tattoo. Das ist Jeb Cock. Siebzehn. Check this out. Tattoo Nummer zwei ist ready. Es ist so gut geworden, oder? Ja. Ich darf's gar nicht berühren, glaub ich, aber es ist sooo schön. Linker Arm sieht sick aus, oder? Ja. Linker Arm sieht sehr sick aus. Ja. Wir haben jetzt das dritte Tattoo fertig mit der Schulter. Ach so! Und hinterm Ohr! Achtzehn! Oh, guck mal, Chat. Junge, ich hab... Ich kann einfach nicht mit mir zählen. Ich hab voll die Probleme. Wir haben so viele Tats, ich weiß gar nicht, wie viel sie sind, man... Ist genau das gleiche mit dem Geld und mit den Häusern und mit meinen Autos, Digga. Wobei, mit den Autos ist die Rechnung recht einfach. Null. Weil ich hab auch gar keinen Hürerschein. Bisschen angelehnt auf so alte Mamen-Tattoos. So Härte, so Mamen drin, aber halt anders. Aber fühl ich sehr. Ist sehr cool. I need your... I need your... Abi! Wie findet ihr denn mein Tattoo? Das sieht so sick aus. Ich finde das so scheiße. Was soll ich jetzt machen? Wollt ich das irgendwie übermalen? Das ist älstlich! Gnue! Cool, oder? Ich hab auch mit links tätowiert. Oh, so. Oh, so. Das war sehr schlecht tätowiert. Ja, mit rechts kann ich nicht so. Aber das ist sehr gut geworden. Beginn, End und dazwichten gibt's einfach nur Pain. Also für die, die es nicht wissen, das ist ein Artwork von einer Künstlerin. Und das soll so schief sein. Das ist Absicht. Also falls die, die grad denken, er hätte wirklich die Linie nicht gerade gemacht. Tut mir leid. Aber es ist so. So, was kommt jetzt noch? Ah, Schmähling. Ah, wiederum. Das ist schon ein Pimmel geworden, oder? Ist schon ein Schwanz, ja. Ist schon ein Schwanz. Schon ein Dick. Schon ein Dick. Wir haben Zuwachs bekommen. Wir haben nicht nur die fantastische Guru, wir haben auch den atemberaubenden Alexander Straub! Hey! Hey! The Magician Guy! Oh, sorry. Hey! Oh, ich kenn dich! Hey! Alex, ich kenn dich mal! Nick ist dieser unfunny guy auf einer Party. Oh, Buck, du bist der Typ, der nicht auf der Party ist. Warum? Weil er nicht eingeladen wurde. Oh, Mann! I'm the one, the one! The one, the one, the one, the one, the one! Was? Dein Stream ist super langweilig. Hey, hey, mach mal auch einen Kartentrick hier. Sollen wir hier? Ja, klar, mach mal auf. So, hallo! Hi! Hi! Internet! Hier, nehmen wir jetzt Mixtape ab. Heal the world! Hey! Wir haben hier ein Kartenspiel. 52 verschiedene Karten von vorne. Von hinten alle gleich. Wow! Du hast es jetzt anders, habe ich gerade gesehen. Du siehst von vorne. Von vorne und von vorne. Pass auf! Andi, nimm mal eine raus, zeig sie mal ein. Sehr gut. Wo ist denn hier der Moment? Woher soll ich denn jetzt wissen, ob die Karte ist? Dann sag mal irgendwann Stopp, Englisch für Halt. Perfekt, die Karte zurück. Englisch für Halt. Und nicht mehr vergessen. Weißt du warum? Sonst Ende vom Trick, Scheiße. Genau. Und jetzt versuche ich deine Karte rauszufinden. Das Wichtigste ist natürlich, dass deine Karte ist nicht aktuell oben. Caro 5 ist es nicht. Nun ist es auch nicht. Herz Ass. Das heißt, ich versuche jetzt mal deine Karte rauszufinden. Denk mal nur an deine Karte. Mach mal deinen Kopf komplett leer. Das ging schnell. Sehr gut, Andi. Perfekt. Ja, ich glaube, die ist es. Die ist es. Ich glaube, ich habe es. Andi, war deine Karte eine rote Karte? Nee. Richtig, dann war es eine schwarze Karte. Ja. War deine Karte eine hohe Karte? Nee. Okay. Richtig, dann war es eine niedrige Karte. Läuft zu wahnsinnig. Okay, war deine Karte eine Zahlenkarte? Anni, was war deine Karte auf 3? Ich drehe dann die Karte um, die ich hier habe. Oben geredet ist schwarzes Herz. Peak 4. Peak 4. Peak 4. Und das ist richtig. Ich habe den Joker. Der steht nämlich für jede Karte. Dankeschön. Dankeschön. Groß Applaus. Real Magic. Real Magic. Okay, 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 okay. Okay, ja, ich gebe zu, ich gebe zu. Es wäre besser gewesen, es wäre besser gewesen, wenn es wirklich die Peak 4 gewesen wäre. Wow! 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 Es ist viel einfacher, wenn man seinen Puppengefahr abzählt. Wow! Das ist ja mega. Wow! Das ist so schön. Ich kann nie mit Puppengefahr umgehen. Sieht richtig scheiße aus. Na, dankeschön. Fick dich. Besser? Ja. Das motiviert. Motiviert auch, versuchen zum Lachen zu bringen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Es ist ruhig hier. Das ist der Wahnsinn. Oh nein. Oh nein. Okay, go team. Manessino. Manessino. Ich sah ihre Augen. Nach Manessino. Wir sind fertig. Das letzte Zeit hat jetzt nochmal echt 2,5 Stunden gedauert. Nico, du verfickter Ehrenmann. Nico, du verfickter Ehrenmann. Folgt alle meine Mom hier im Storyum. Vor allem hier Monsieur.Slow auf Insta. Ist alles unverlinkt. Let's go! Ich kann nicht mehr. Mach dir das an. Mary Raynard. Wie voll warst du da? Ich war voll cool. Niek folgen. Niek folgen. Niek folgen. Niek folgen. Gönn dir dieses kranke Tattoo. Kenke nicht folgen. Das sieht so sick aus. Ich bin so glücklich, Alter. Scheiße, Mann. Scheiße, ich bin so glücklich, ey. Große, große Ehre an Mami, I'm sorry. Heute ist Yikes Day. Heute ist Yikes Day. Okay, dann können wir schon mal damit anfangen, dass Chat, ohne dass ich ein Discord-Announcement mache, sich nicht an den Streamplan halten kann, der ja jeden Tag um 15.30 Uhr ist. Ich streame jeden Tag um 15.30 Uhr. Chat braucht aber nochmal diese extra Einladung nach Hause in den Postkasten geschickt. Also das nächste Mal, wenn ich einen Stream mache, komme ich zu euch, klinge, wege euch auf, sag, Moin! Ich wollte doch ganz kurz sagen, heute um 15.30 Uhr. Es ist zwar jeden Stream 15.30 Uhr. Ja, aber bitte kommen sie doch heute einfach nochmal rein. Wo streamst du immer um 15.30 Uhr? Ich habe seit Montag einen neuen Streamingplan und tatsächlich habe ich das auch schon einmal am Mittwoch gemacht. Am Donnerstag nicht, weil das, das war aber, weil die ja im Peak haben und wir jetzt später gestreamt haben. Ja, okay, okay, ab morgen dann wieder, weil das Gott. AJ, danke für die Einladung. Aber ansonsten 15.30 Uhr, Chat, ja? Tätowierer, übelkrank, fucking sieben Stunden tätowiert, ja, reicht jetzt auch. Das war so, ja komm, wenn wir mal hier sind, das lohnt sich, das lohnt sich, das lohnt sich. Das machen wir alles. Erstmal kurz das Stempelheft voll gemacht. Ja, genau. Ist das nicht hier so wie beim Kinder, wenn du das so sammelst, ja? Ja, ja, sehr. Cool, schon was günstiger. Ja, toll. Und das Arschgeweih ist auch echt gut geworden. Super geworden, ne? Noch? Nein, ich wundere mich, warum kein Ton ist, aber es ist... Sorry, Chat. Wartet. Das Loch finden ist wieder schwer, ja, wir sind dreist und lachen darüber, weil Loch witzig ist. Mal desifizieren. Das Schlimme? Hier. Oh mein Gott, das ist ein Desinfektionsmittel, das ist ja... Das ist Alkohol. Oh mein Gott, das sollte ich auch so brennen. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Das ist für ein Desinfektionsmittel. Meine Haut steht in Flammen. Das ist ein Albtraum, aber es ist wieder... Hier. Bei dem Tattoo, als es frisch gestochen war, kam AJ zu mir, wollte sich das angucken. Es war gerade frisch gestochen. Er macht so. Klatsch mit der Hand auf die offene Wunde. So. Digga. Ah, jetzt ist es okay. Er meint, es ist ein Aufnahmeritual bei ihm. Okay. Aber es war schon schrecklich. So. Wieder zum Hotel zu machen. Es ist mittlerweile irgendwie... Verdiensttreppe. Okay. Komm ich gar nicht zu gucken. Gemütliche 2 Uhr morgens. Ähm, ja. Große Ehren, Leute von Mami, I'm sorry. An Nico fürs Tattooieren. An Mary, die noch mit dabei war und äh... Nic tätowiert hat. Nic, Henkel, alle dabei sind. Alle unten verlinkt. The Me Guy. Ich bin super happy mit dem Tattoo, die ist die Sehens. Ich bin so sweet aus. Ich bin richtig glücklich. Cool. Danke, dass ihr diesen Vlog geschaut habt. Ich folge mir auf Twitch. Das stream ich gelegentlich. Äh... The Me. Nein, nicht M-I-I. Nicht M-I-I Guy.